Dort, wo sie notwendig sind, Grundlagen zum schnellen und unbürokratischen Abschuss der problematischen Großraubwildtiere im Bedarfsfall zu schaffen und sich für eine einheitliche Gangart für die Regulierung von Großraubwildtieren im gesamten Alpenraum einzusetzen. Dies der Vorschlag von Enzian, der Freiheitlichen und von drei SVP-Abgeordneten, der in der Plenarsitzung des Landtags im Januar mehrheitlich angenommen wurde. Landesrat Arnold Schula erklärte, dass man in der Agrarkommission schon mit anderen Regionen zusammenarbeite, um Entnahmen zu ermöglichen und dass solche im Fall von Angriffen auf Menschen schon möglich seien. Ein Teil der Opposition sprach hingegen von einer rein ideologischen Grundlage des Vorschlags. Vom Plenum wurde auch ein Antrag von Team K, unterzeichnet auch von der SVP angenommen, der die Einrichtung einer Arbeitsgruppe von Vertretern des Landes sowie der Mieter und Immobilieneigentümer vorsieht, zur Unterstützung der Wohnungsvermietung mit der Einrichtung eines Garantiefonds zum Schutz vor unverschuldetem Zahlungsverzug. Angenommen wurde auch ein Antrag der Südtiroler Freiheit, der den Landtag auffordert, sich gegen jede Form der Wiedereinführung der Wehrpflicht auszusprechen. Grünes Licht auch für die Anträge der Fünf-Sterne-Bewegung zur Finanzierung von Universitätslehrgängen für Italienisch als Fremdsprache oder Italienisch als Zweitsprache, sofern diese als Masterstudiengang angeboten werden, und zur Förderung von nachhaltigen Energiegemeinschaften. Verabschiedet wurde auch der von Landesrat Giuliano Vettorato und dem Abgeordneten der Demokratischen Partei Sandro Repetto eingebrachte Gesetzesentwurf zur Verlängerung der Abrechnungsfristen der Landesbeiträge 2019-2020 für Vereine bis zum 28. Februar, da einige wegen der Pandemie Schwierigkeiten gehabt hätten. Angenommen auch zwei Anträge der SVP zur Differenzierung der IRAB-Steuer zugunsten von Betrieben, die wünschenswerte wirtschaftlich-gesellschaftliche Maßnahmen setzen und zu einer möglichen Beteiligung der öffentlichen Hand an Energiegemeinschaften vor Ort. Der Landtag nahm auch den Beschluss des Wahlbestätigungsausschusses an, der die Wahl des im Laufe dieser Legislaturperiode nachgerückten Landtagsabgeordneten Marco Galateo bestätigt und ernannte zwei Gerichtsräte am Rechnungshof. Es handelt sich um Stefano Natale, Amtsdirektor beim Land, und Maria-Theresa Wiedenhofer, Gemeindesekretärin in Klausen.